Was ist die Qualitätsentwicklung von Webinaren? Feedback und Technik. Neben Hintergründen zum Thema finden Sie in den Videos viele Beispiele und praktische Tipps, wie Sie Qualitäten Ihrer Online-Veranstaltung entwickeln. Viel Spaß dabei! Transparenz. Klarheit und Regeln mit Bezug zu Kriterien. Den zeitlichen Rahmen und einzelne Phasen im Ablauf eines Webinars haben wir im ersten Teil genauer geplant und nun gilt es, die Planung in die Praxis zu übertragen. Unter dem zweiten Kriterium für gute Webinare, dem Begriff Transparenz, verbirgt sich dieser Übertrag in die Praxis. In anderen Zusammenhängen würde man unter der Überschrift Transparenz, Klarheit, Regeln und Kriterienorientierung eher von Klarheit der Lehrperson, inhaltlicher Klarheit oder von transparenten Leistungserwartungen sprechen. Es geht zusammenfassend um drei zentrale Fragen. Welche Regeln gebe ich mir für mein Webinar? Welche Regeln gebe ich meinen Webinarteilnehmern? Und wie setze ich diese Regeln praktisch um? Transparenz bedeutet in unserem Sinne also, machen Sie die geplanten Ziele, Regeln und Abläufe und generell alle weiteren notwendigen Informationen zu Ihrer Veranstaltung Ihren Teilnehmern deutlich. Und folgen Sie ihnen stringent, um insgesamt einen professionellen Verlauf zu gestalten. Überprüfen Sie, ob Sie und Ihre Teilnehmer Ihre Ziele auch erreichen. Regeln und Kriterien helfen beim Erreichen der Ziele. Sie werden sehen, welche Änderung sich ergibt, wenn Sie Regeln und Kriterien für alle transparent machen und sich selbst daran messen. Zu Beginn eines Webinars steht, dass Sie sich kurz, wirklich ganz kurz, vorstellen und das Ziel des Webinars nennen. Zum Start einer Webinar-Reihe sollten Sie gerade in der ersten Veranstaltung auch mit der Videofunktion einen Eindruck von sich vermitteln. Sind generell alle Teilnehmer per Video zu erkennen, sollten Sie dies auch tun. Wie Sie einen guten Eindruck hinter der Kamera hinterlassen, besprechen wir im Bereich Technik. Auf die einzelnen Teilschritte, Phasen und Anforderungen des Webinars können Sie nach Ihrer Vorstellung kurz eingehen. Es empfiehlt sich dazu, eine Folie auf einer Präsentation oder ein Hinweisfenster in der Videokonferenzsoftware zu verwenden. Einige Webinar-Anbieter nutzen auch den Hintergrund Ihres Webcam-Videos, indem Sie auf einer Tafel, einem Plakat oder einer eingeblendeten QR-Code-Tafel Inhalte erläutern oder Nutzer begrüßen. Egal für welches Hinweisformat Sie sich entscheiden. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang alle wesentlichen Hinweise, wichtige Links und Materialien für Ihr Webinar. Sollten Sie eine Beschreibung für Ihre Webinare in einen Katalog aufgenommen oder an die Teilnehmer versendet haben, nehmen Sie diese Kursbeschreibung als Folie. Achten Sie auch schon bei der Beschreibung Ihres Kurses vorab darauf, dass Ihr späteres Webinar zu dieser Beschreibung passt. Erwarten Ihre Teilnehmer etwas ganz anderes von Ihrer Veranstaltung als Sie, werden Sie das zu spüren bekommen. Aus Ihrer Beschreibung können Sie nun je nach Länge des Webinars drei bis fünf Ziele formulieren, die das Webinar am heutigen Tage erreichen soll. In der Strukturplanung haben Sie solche Ziele schon einmal formuliert. Für die Teilnehmer Ihres Webinars können Sie die Ziele aus Ihrer Sicht formulieren oder auch zu Fragen umformulieren. Eine Visualisierung bietet sich gerade bei mehreren Webinaren in Reihe an. Nach der kurzen Einführung und Zielbeschreibung sprechen Sie in einem weiteren Schritt die technischen Grundlagen des Webinars und die daraus folgenden Regeln an, wenn Sie dies nicht schon vorher in einer Präsenzveranstaltung oder in der Ankommensphase getan haben. Erläutern Sie die Möglichkeiten zur Kommunikation, zum Beispiel den Chat, Wortmelde- und Feedbackfunktionen der Webinar-Software oder die Möglichkeit, sich mit Audio-Beiträgen einzubringen. Viele Programme ermöglichen Meldungen per digitalem Handzeichen, den Ausdruck von Zustimmung durch Klatschen, Hinweise, dass der Sprecher lauter oder leiser sprechen soll oder andere Emoticons. Sollten Sie nicht über solche Kommunikationsmöglichkeiten verfügen, können Sie auch Meldungen im Textchat sammeln. Eine besondere Idee ist es, den Teilnehmern vorweg Karten mit Symbolen zu geben, die Sie im Video-Chat als Meldung zeigen. Falls Sie Audio-Beiträge der Zuhörer nutzen möchten, vereinbaren Sie auf jeden Fall ein Zeichen für die Meldung. Ein einfaches In-den-Unterricht-Rufen ist auch in Webinaren unangebracht und dauerhaft offene Audio-Kanäle der Teilnehmer sorgen für unnötige Ablenkung und fehlende Gesprächsreihenfolge. In kleinen Gruppen von drei bis vier Personen kommen Sie vielleicht ohne Meldung aus. Bitten Sie Teilnehmer in größeren Gruppen, sich zu melden. Sie oder ein Moderator nehmen dann die Teilnehmer nach Reihenfolge der Rednerliste dran, bitten die Teilnehmer, ihr Mikrofon zu aktivieren und es nach dem Beitrag wieder zu deaktivieren. Die Funktion eines Moderators können Sie auch am Anfang eines Webinars an einen Teilnehmer vergeben, damit Ihnen Arbeit abgenommen wird. Achten Sie in jedem Fall darauf, Mikrofonberechtigungen für Ihre Teilnehmer freizugeben, die Mikrofone aber erst einmal stumm zu schalten. Ob Sie Ihre Teilnehmer danach selbst ihr Mikrofon steuern lassen oder nicht, sollten Sie vorweg überdenken. Falls Sie den Chat nutzen, vereinbaren Sie auch hierfür Regeln. Bitten Sie darum, Fragen und Anmerkungen ausführlich zu formulieren und weisen Sie gegebenenfalls auf Netiquette und Themenbezug hin. Fragen und Anmerkungen sollten für alle Chat-Teilnehmer relevant sein. Persönliche Fragen lassen sich in den meisten Softwarelösungen auch direkt an einzelne Teilnehmer schicken. Achten Sie auch darauf, auf alle Anfragen einzugehen, indem Sie die Frage aus dem Chat vorlesen und eine kurze Antwort darauf geben. Dies kann bei längeren Vorträgen auch in gewissen Abständen, kurzen Chatpausen, geschehen oder im Voice-Chat anhand der Reihenfolge der Meldungen. Wie auch im Präsenzunterricht obliegt es Ihnen, nur die aktiven Personen einzubinden oder eben alle, indem Sie zum Beispiel regelmäßig und in Reihenfolge vom Einzelnen zum Plenum direkt zurückfragen. Machen Sie diese Regeln der Zusammenarbeit auch für Ihre Webinar-Teilnehmer transparent, indem Sie die Regeln zum Beispiel zu Beginn in Ihre Einleitung aufnehmen. Ein solcher Regelkatalog sollte sich auf wenige Regeln beschränken und kann ruhig den Charakter einer Liste für optimale Unterstützung des Webinars haben. Also aus dem Teilnehmer bewusst einen Teilgeber machen. Entwerfen Sie eine eigene Liste mit zu Ihrem Webinar passenden Regeln. Worauf legen Sie Wert? Lieber Audio-Beiträge oder Chat-Beiträge? An welche Zielgruppe richten Sie sich? Viel wichtiger als die Anzahl der Regeln, die Sie für das Webinar aufstellen, ist, dass Sie deren Einhaltung fordern und sich selber daran halten. Wie in Präsenzveranstaltungen gilt, eine Person leitet den Unterricht. Wenn nicht Sie, dann jemand anders. Das bezieht sich nicht nur auf bewusste Störungen, sondern auch auf Störungen, die aufgrund technischer Mängel oder fehlender Erfahrungen entstehen. Achten Sie freundlich, aber bestimmt darauf, dass Mikrofone wieder abgestellt werden, Lautstärken reguliert werden, Wortbeiträge nicht zu endlosen Monologen ausufern und Diskussionen beim Thema bleiben. Bei der Arbeit mit Schülern ist zu beachten, dass hier die Motivation manchmal dazu führen kann, dass Sie über den Videochat ablenken oder Störungen in das Webinar rufen, sollten Sie die Freigabe für Ihr Mikrofon haben. Es kann auch vorkommen, dass Sie den Webinarleiter für sich stumm schalten. Webinare leiten bedeutet also auch, von den Teilnehmern immer wieder bewusst, Beiträge und Beteiligung als Audio oder im Chat einzufordern und nur rezipierende Teilnehmer immer wieder zu aktivieren. Transparente Leistungseinforderungen halten Sie und Ihre Teilnehmer immer wieder zu gesetzten Zielen, ausgedrückt durch Regeln, an. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie nicht auch improvisieren dürfen. Es bedeutet vielmehr, dass Sie sich im Vorwege Gedanken darüber gemacht haben, was Ihnen an Ihrem digitalen Unterricht wichtig ist, was Ihre Zielgruppe ausmacht und wie Sie mit Ihren Einschätzungen daraus einen verbindlichen Rahmen um Freiräume ziehen können. Regeln und Leistungsanforderungen aufzustellen ist individuell. Bestenfalls orientieren Sie sich an Kriterien, die Sie übernehmen möchten. Dies können die Kriterien dieses Katalogs hier sein, Kriterien für guten Unterricht von Hilbert Meier oder das Wirksamkeitsranking für Lernerfolg von John Hattie. Gute Fortbildungen werden unter anderem aber auch nach D. Simone und weiteren so beschrieben, dass Sie sich in Bezug auf Ihre Dauer, Ihren Inhalt, Aktivitäten, Fokus, Stimmigkeit und im Umfeld unterscheiden. Welche Regeln für Ihre Teilnehmer, aber auch für Sie, würden Sie mithilfe solcher Kriterien entwickeln? Den Regelkatalog für sich selber müssen Sie nicht unbedingt transparent machen. Es lohnt aber natürlich immer wieder daran zu denken, was man sich für das eigene Webinar vorgenommen hat. Ein Post-it mit Darauf möchte ich heute achten hinweisen, am eigenen Monitor zu befestigen, auf dem ein bis drei Kriterien geleitete Ziele stehen, das kann helfen. Unter dem Punkt Feedback werden wir noch genauer darüber sprechen, wie Sie Ziele für sich selber ausmachen und bewerten können. Ihnen fehlt eine Idee, worauf Sie achten sollten? Für den Anfang kann schon ein Post-it mit einem großen Smiley, direkt neben der Webcam, der immer wieder daran erinnert, freundlich in die Kamera zu lächeln, einen großen Unterschied machen. Das war der zweite Teil der Videoreihe. Ziele sind für Ihre Teilnehmer und für Sie wichtig. Setzen Sie diese Ziele immer wieder neu für sich. Für die Teilnehmer machen Sie die Ziele transparent. Regeln helfen, die Ziele zu erreichen. Kriterien helfen sich, Regeln und Ziele zu geben. Ein Regelkatalog und eine Folie mit Zielen am Anfang Ihrer Präsentation reichen für einen Unterschied schon aus. Ich hoffe, Sie konnten mit den Tipps etwas anfangen und freuen sich, wie ich, auf das nächste Video zum Schwerpunkt Methoden. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank.